Hallo zusammen, schöne Grüße aus Australien. Wie die meisten von euch sicher schon wissen, sind wir jetzt hier für vier Monate zum Trainieren. Wir kommen jetzt Ende März wieder zurück. Wir hoffen, ihr habt alle gute Zeit gehabt. Seid erfolgreich an den Crosslife gewesen. Und wir freuen uns schon wieder auf die gemeinsamen Trainings. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend an der GV und bis bald. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 4, 2, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 2, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! Untertitelung des ZDF für funk, 2017